Hallo liebe Fußballfreunde, Thema RCFC Köln Bundesliga 2023-2024 12 Durchspieltag RCFC Köln gegen Bayern München Ergebnis 0-1 Startelf RCFC Köln Schwebe, Kielan, Schabot, Hübers, Kais, Dinsen, Wachtel, Kains, Maina, Rupik Startelf Bayern München, Manuel Neuer, Lai Merch, Uppikano, Kim, Matsahuri, Kimmich, Korenska, Sané, Schopo, Moutink, Coman, Herring Kane Das war's von RCFC Köln gegen Bayern München 17 Uhr